Hallo und herzlich willkommen zurück in der nächsten Folge und ich hab vergessen in meiner Tonspur einen Cut zu machen. Muss ich nachher schneiden. Okay, äh, Zylinder, überprüfen. Von außen sieht er unbeschädigt aus. Mhm. Hm. Der Ladezustand ist sehr niedrig, ungefähr 15%. Was sagt der Svensson? Der Svensson brummt friedlich vor sich hin. Ansonsten ist da nach außen hin nichts Außergewöhnliches zu erkennen. Brumm, brumm, brumm. Die Kontrollen sind alle im normalen Bereich. Okay, kann man mitnehmen. Den Svensson kann ich nicht einstecken. Er ist fest montiert, um eine ständige Energieversorgung der Zeitkapsel zu gewährleisten. Okay, warum nimmst du ihn dann raus? Tu ihn wieder zurück. Neunzylinder. Es wäre möglich, die Energie einer Zelle auf die andere zu transferieren. Dennoch fehlen ca. 30% Ladung. Spitter. Armaturen. Wir haben viel mehr Energie verbraucht als erwartet. Hoffentlich reicht sie noch für einen zweiten Sprung. Täterkontrolle. Check. Atomofen. Check. Hüllenintegrität. Check. Schnarch. Haha, wir fliegen jetzt weg. Nicht ohne Nigel. Wohin sollte ich auch springen? Die Kippe runter. Äh, Spaß. Gut, äh, haben wir hier alles. Dann gehen wir zurück. Stallträger. Wahnsinn. Der sieht einigermaßen stabil aus. Andererseits hätte ich das wohl auch gesagt, als er noch an der Decke hing. Na, äh. Gehen wir mal hoch, ne? Das kann doch nicht. Oh, nett. Der ganze Stadt ist zerstört. Boah, alter. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Alter, war das grad laut. Ehrlich. Unglaublich. Für was stelle ich die Musik und so leiser, wenn das dann in den Cutscenes wieder so ewig laut ist? Aber gucken wir uns mal die Runien her. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Okay. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Arroganz. Jo. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich kann da doch nicht einfach hinschwimmen. Doch. To-de-plot-plateau. Mal sehen. Glatter Untergrund. Na, der Zeitkapsel. Frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Ah ja. Es ist frei. Ich guck mir jetzt erst das Grünplan. Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Okay. Dann Koffer. Pack mal hier hin. Na, dann wollen wir mal. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Ah, okay. Ein T-Stück, eine Sicherung, ein Koppler, eine Antenne, ein Fuß und Kabel. Nehmen wir mal den Fuß. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Ah, haben wir. Dann nehme ich an, kommt die Antenne. Dann ein T-Stück. Nein, das passt nicht. Nicht, Alter. Nein, das passt nicht. Okay, das T-Stück nicht. Nein, das passt nicht. Nein, das passt nicht. Nein, das passt nicht. Ah, Rätsel. Nein, das passt hier nicht. Ich, ich. Sieh, oder? Pack mal. Aha. Aha. Okay, gut. Dann ein T-Stück. Hey, cool. Das kann man hier oben sogar überspringen. Ein T-Stück. Ein Koppler. Ich glaube, der kommt irgendwo da dazwischen rein. Ah. Ich baue das jetzt nochmal ab. Schön. Gut, das passt hier nicht. Sag das mir doch vorher. So. Koppler drauf. Ah. Okay. Na gut. Dann jetzt das T-Stück. Dann ein Kabel aus der Kabelbuchse. noch. Oh. Nein, das passt hier nicht. 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 Ah. Okay. Okay, okay. Kabel eins hier. Kabel Nummer zwei hier. Nein, das passt hier nicht. 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 Kann man... Ah, Anleitung. Okay. Okay, der kommt hier hin. Goat. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Nein, das passt hier nicht. Hä? Wie nein? Ach, warte hier. Ey, wenn ich das jetzt nochmal... Ja. Dann leg's halt da hin. Leg das halt... Das ist... Das nervt. Ah. Nein. Nein, das kann... Da sitzt noch der... Nein, das... So, nochmal. Ich wette, das war eigentlich richtig, aber gut, okay. Nein. Gut, dann die Sicherung wieder rein. Na, dann nehm's nicht wieder raus. Blödes Stück. Zauber. Nein. Ah. Okay. Ah, ich glaub, ich hab's jetzt dann langsam. So, Kabel hier. Kabel hier. Und... Kabel hier. Kabel hier. Nein, das... Was ist das? Passt hier nicht. Kabelbuxen. Und... Hier. Kabelbuxen. So, jetzt müssen nur noch die Kuben in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Wenn ich mich richtig erinnere, muss nur darauf geachtet werden, dass die Kuben, die zusammengehören, auf der gleichen Seite der Antenne angebracht sind. Ah ja, okay. Wenn das so ist. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, während ich wieder mal gegen's Mikro haue. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.